Das ist ein Weapon. Ja moin. Wie ihr gesehen habt, gestern war da doch noch nicht Schluss. Es ging dann doch noch mal richtig los. Heute, unser letzter Tag. Wir gehen jetzt gleich eine Kaserne besichtigen hier in Dänemark. Und dann auf zum letzten Schießtag. Und dann sehen wir gleich mal wieder, was bei dem schlechten Wetter heute noch alles möglich ist. Wenn nicht, dann muss es das gewesen sein. Aber dann melde ich mich hier nochmal. Aber falls nicht, geht es hier gleich weiter mit coolen, spannenden Schießvideos. Bis später. Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Was ist das? 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 Hey, schütten, schwarzst du denn los? Was ist das? Was ist das jetzt? Das ist ja so, wie es ist. Wenn du hier bist, kannst du einen Kasten auf dem. Wenn du hier bist, kannst du einen Kasten auf dem. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. 25 Prozent. Ja, das ist ja so. Ja, ich bin da. Oh ja, oh ja, oh ja. Du sagst, dass alles ein Geld verdient ist. Ja? Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Der zweite Target. Der zweite Target. Nicht der erste Target. Ne, du hast ja so. Ja. Ja, die Hände sind größer. Oh mein Gott. Ja. Oh, das ist ja so. Das ist ja so. Ich habe einen größeren. Ja, jetzt ist es bereit. Ja, jetzt ist es bereit. Ja. 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 Hilfe. Ja. 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 Das war meiner. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Ja, ja, ja. Also die lange Distanz, die alles ist schwierig, ich habe es nicht ausprobiert. Man kann es nicht schauen, aber ich habe es nicht ausprobiert. 5 Millionen! Ja! Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Du hast ihn nicht angekommen. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Du bist armen! Ah, das ist ja so schwer. Hahaha! Wöge ich das? Ich bin einer! Ich bin einer Schuss. Ich bin einer Schuss. Ja, ja, ja. Das ist ein Brake. Das ist ein Brake. Ich muss einfach halten. Ich muss einfach halten. Da. Du willst ja, Före? Ja. Da. Das ist das, was ich? Ja. Das ist das. Ja. Ja, ja. Das ist ein Brake. Das ist ein Brake. Das ist das Brake. Das ist Hla. Ich habe eine sehr, sehr sympathische. Das sind die Züge. Das ist ein Glanzen. ja leute es ist spät wir sind morgens um 9 uhr losgefahren es ist jetzt 22 25 und ich brauche immer noch drei stunden nach hause aber es hat sich gelohnt es war eine richtig geile zeit geiles wochenende super viel gesehen super viel gemacht und ich hoffe euch hat das video gefallen das licht ist echt schwach ja und ich hoffe ihr schaltet auch ein beim nächsten mal wieder bei tactical gunny wird so so Vielen Dank.